Hey Leute, hier ist der Aldemar mit Subnautica. Heute bauen wir den Atomreaktor. Wie ihr seht, haben wir nur 1 Energie, also ist das eine hervorragende Idee, Herr Aldemar. So, ich muss auch mal raus, die Pflanzengärten nochmal kontrollieren. Die Bilderrahmen, das habe ich schon wieder vergessen. Warnung aus, sehr gut. Emergency power only. Titanenbarren, okay, warte mal. Da haben wir eins. Soll ich die anderen hingesetzt? Hier? Nein, hier. Das brauchen wir auch. Nein, das sind noch mehr Pflanzen, aber für Unterwasser. Da sind sie doch. Oh nein, das brauchen wir nicht. Doch eine. So, jetzt machen wir daraus Titanen. Keine Energie mehr, stimmt. Dann warten wir mal kurz. Ist das schöne Nacht, oder? Was eine schöne Nacht. Ich kann auch mal andere Sachen machen nebenbei. Keine Angst, ich warte jetzt nicht die ganze Zeit. Wir gehen die Sachen ein bisschen vervielfältigen. Wir haben jetzt hier das Blutöl-Dingen. Das sieht toll aus, oder? Bisschen farblos, aber ich finde es schön. Winter voll. Oh, es ist auch so riesig jedes Mal. Alles. Oh, es geht gar nicht mehr. Ist schon voll, schade. Können wir noch eins setzen? Notstrom. Emergency power only. Power restored. Außenbeetkasten. Power restored. All primary systems online. Gibt es doch nicht. Aber machen wir es so. So. Okay. Sehr schön. Ein schöner Baum. Nö, 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 nö. Ein Baum. Ein schöner Baum. Ist das schönste auf der Welt, was es gibt, oder so. Ist das richtig? Ich habe es vergessen. Ach, verdammt nochmal. Es gibt mir das jetzt. Danke. Es stand irgendwas mit Deko. So, wir haben Strom. Es ist Tag. Wer hätte das gedacht? So, jetzt haben wir... Davon brauchen wir einiges von dem Blutölzeug. Äh, scheiße. Der Eingang geht ja momentan nicht. Ich kann die Leiter nicht mehr anbringen. Ich muss da mal umdenken. Ich gucke nochmal. Vielleicht geht es ja jetzt. Aber ich habe nicht mehr neu gestartet oder geladen. Äh. Nein. 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 Geht immer noch nicht. Okay. Äh. So. Titan verarbeiten. Energie kommt rein. So, was brauchen wir denn für den Atomreaktor? Was brauchen wir denn für den Atomreaktor? Wow. Bleiplatten drei. Titan machen zwei. Bleiplatten waren Batterien. Aus Batterien macht man die. Aus zwei Batterien. Zwei, vier, sechs Batterien brauchen wir dann. Sechs Batterien. Titan machen. Okay. Das dürfte alles kein Problem sein. Ich glaube, ich habe nur keine Pilze. Aber die sind ja jetzt nicht so schwer zu finden. So. Okay. Titanbarren wären auch ein Problem. Okay. Ich muss auch Titanfarm gehen. Okay. Titanbarren, Pilze. Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs. Sieben, acht. Machen wir mal acht. So. Jetzt brauchen wir Pilze. Müssen raus. Ich denke, es wird dunkel. Aber es wird gar nicht dunkel. Ich denke mal, ich ertrinke gleich. Obwohl ich drinstehe. Obwohl das passieren kann. Das kann passieren. So. Ich weiß nicht, wie viele Pilze. Sechzehn. Acht, sechzehn. Na. Vier. Na. Ich weiß nicht. Müssen wir mal gucken. Äh. Ach, scheiße. Ich gehe andauernd in den alten Eingang ein. Das gibt es doch nicht. Mal ein neuer Eingang hier. So. Bauen wir. Solange es geht. Zuerst mal die Batterien. Dann bauen wir den Atomreaktor. Dann haben wir ganz viel Strom. Die sauberste Energie, die es gibt. Nur wenn es kaputt geht, ist die Welt verseucht. So. Sechs. Oh, sieben. Genau so viel wollte ich auch. So, jetzt können wir trotzdem nichts mehr machen wegen... So, Bleiplatten. Hier Strom. Eins. Denkt das wieder an. Egal, wir haben es ja gleich. Boah, aber noch Titan. Das ist halt das Problem. Ich will erstmal die Bleiplatten fertig haben. Hm, schade. Na gut, vielleicht machen wir dann doch erstmal Titan. So, eine bleibt hier. Das bleibt auch hier. Das auch. Okay, so. Äh, 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 Titanenschrott sammeln. Hello, Jiminy. So. Einsteigen. Alle Mann anschneiden. Los geht's. Die Titansuche. Wir wollen Richtung Aurora. Da finden wir eigentlich viel davon, glaube ich. Ah, fast richtig. Ein bisschen weiter nach rechts. Nur in der Himmelsrichtung. Daneben. So, Halt. Kurz anhalten. Wir müssen mal reparieren. Laserschneider. Nein. Schweißgerät. Oh, Franz der siebte. Du bleibst so schön. Du bleibst so schön, wie du jetzt bist. Fände ich nie. Nicht für mich. Nicht für mich. Franz der siebte. So, weiter. Boah, 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 boah. Wäre so schön, wenn man die verschnellern könnte. Irgendwie so einen Booster einbauen oder so. Aber man sollte das Spiel ja nicht genießen. Ist eigentlich ganz gut. Ja, wenn man noch schneller sein könnte, dann seht ihr gar nichts mehr. Weil ich dann nur noch so hektisch rumgucke und suche. So, wie ich generell schon bin. Gut. So, wir gucken jetzt schon mal nach drüben. Da ist schon eins. Und da ist auch eins. Und da ist auch eins. Oh ja, oh ja. Es sieht immer aus, als wenn das Schiff Einschusslöcher hätte. Als wenn jemand draufgeschossen hätte. Guck. Da, an der Seite schon wieder. Aber das ist ja alles noch nicht ganz aufgeklärt, was es war. Energy Impulse. Kann ja auch eine Waffe gewesen sein. Vielleicht gibt es ein paar Kilometer weiter so eine riesengroße Alien-Basis. So Fisch-Aliens. Ja? Ja, so Triton-Völker. Oh, das wäre doch cool, oder? Stellt euch vor, hier gibt es irgendwie so eine Alien-Basis unter Wasser. Oh, meine Güte. Das wäre aufregend. Das wäre wirklich cool. Der ist ja wieder. Der Riesen-Reefback. Oh, mein Gott. Unter mir ist ein Libyatan. Seit wann ist er denn so nah? Nein, bitte. Die Kostelung habe ich repariert. Oh, da unten ist er. Guck mal. Was macht er denn hier? Im Pilzbiom? Meine Fresse. Oh, mein Gott. Walter. Oh. Mein männliches Herz. Mein männliches Herz. Oh. Oh, mein Gott. So, hier haben wir jetzt überall Schrott. Nein, das wollen wir nicht. Das habe ich schon geöffnet. Schade, dass man die nicht irgendwie entfernen kann. Doch, habe ich noch nicht. Und das da? Oh, eine Batterie. Oh, ist das schön. Nee, die habe ich noch nicht geöffnet. Die hat der alte Mann noch nicht geöffnet. 75. Luft. Medikit. Ja, ja. Es gibt schönere Sachen. Da ist nichts drin. So, da ist Schrott. Und da ist Schrott. Wo ist der Franz? Oh, und geht noch eins? Ja. So. Einpacken. In die Täschchen. Hallo, Kika. Ich hasse euch. Ich hoffe, hier sterbt alle aus. Oh, nein. Oh, wie viel Schrott in mich reinpasst. Unfassbar. So, jetzt kommen wir noch. Zwei, drei. Oder vier. Eins. Zwei. Oh, Luft holen. Das geht noch. Und voll, ne? Nein, auch noch. Jetzt sind wir voll. Ha, sehr gut. So schnell geht das. Wir müssen mal zur Aurora für Titanen farmen. Guck mal, ach so. Das ist eins dieser Teile, den wir unten beim Dingenspewung gefunden haben. Wir wissen aber nicht, wovon das ist. Wo meine Spekulierung auf einen Flügel, also einen, einen, einen Lenk. Ihr wisst, was ich meine. Ein Ruder oder so. Ja, eine Lenkflosse. Eines U-Boots. So, Echo Basis. Wir kommen nach Hause. Und, äh, bauen den Atomreaktor fertig. Ich geh mal ein bisschen unten lang. Sei denn, dein Arschloch ist noch hier. Ich glaub nicht. Oh, meine Güte. Wär cool, wenn die irgendwie größte Patrouillen machen. Das sollen die angeblich machen, dass die Fische irgendwie jetzt besser schwimmen als vorher. Aber das seh ich nicht so richtig. Hab das nie beobachtet. Wärts schön, wenn der Leviathan durchs ganze Meer schwimmt. Zufällig. Und nicht immer nur an einer Stelle. Oh, das wär so brutal. Das wär super. Dann bräuchte man auch diesen Abwehrmechanismus. Den müsste ich jetzt auch mal bauen. Das wär echt wichtig. Das wär schon echt gut, Alderman, dass du das tust. So. Erste Basis. Andocken. Hoffentlich haben wir jetzt wieder genug Strom. 200, 150. So, dann bauen wir jetzt die zwei Barren. Bleiplatten und die Barren. Dann haben wir's. Dann können wir den Atomreaktor bauen. Reaktor. Reaktor. So, warte mal. Ich nehme noch Batterien raus. Wo hab ich die hingetan? Da sind sie doch. Ach, geht gar nicht. Hihi. Alderman, du dummes Nuss. Du dummes Nüsschen. Immer das gleiche mit mir. So. So. So, jetzt mal gucken, wie viele wir bauen können. Eins. Gut. Ich muss nicht mehr den Schrott rausholen. Aus dem Franz. Jetzt haben wir genug. Eins, zwei, drei, vier. Bleiplatten. Ich hab aber noch eine Bleiplatte irgendwo. Ja, ich hab noch nicht alle Bleiplatten. Zwei. Da ist sie. Äh. Schmierstoff. Ist das richtig? Schmierstoff. Schmierstoff. So, jetzt guck ich mal gerade. Ich könnte... Nein, ich hab nicht genug. Dann holen wir gerade Schmierstoff. Komm schon. Drei Stück passen davon bestimmt. In meinem Inventar noch. Ja, sehr gut. Ein Schmierstoff. Sehr gut. Haben wir das auch? Und wir können unseren Atomreaktor bauen. So, hab ich noch Titan dabei? Nein, wir brauchen noch ein bisschen Titan. So, weil ich so eine, ähm... Plattform bauen muss, wahrscheinlich. Aber wo setzen wir den hin? Hier hin. Direkt daneben. Es geht gar nicht. Aber hier geht's hin. Ah, nee. Oh, warte mal. Oh. Geht das? Ich hatte mal das Problem, dass die Solarzellen verschwinden. Wenn man das so nah an die Solarzellen dransetzt. Oh, das wäre echt ein Problem. Komm, wir machen das mal. Ja, egal. Ich hab ja genug Quarz. Was soll's. Und bitte nicht verschwinden. Ihr seid nette Solarzellen. Nein! Warum hab ich sie nicht abgebaut? Und dann das Ding ja hinsetzt. Haha. Meine Logik. Meine Logik. So, dann bauen wir jetzt hier nichts mehr dran. So, jetzt haben wir erstmal den Atomreaktor. Dann baue ich jetzt neue Solarzellen. Das sind drei Quarz, ein Titan pro Solarzelle. So. Auto deconstruct. Guck mal, wie schön das ist. Sieht da nicht toll aus? So ein altes Computergrau. Haha. So alte Computer. Boah, die waren auch alle so hässlich grau. Das war echt... Damals, damals, als ich noch jung war. Damals, als ich wirklich noch jung. Zwei, drei... Hui! Keine Luft, keine Luft, keine Luft, keine Luft. CO2-Produktion ist nicht existent. Oh, das ist ein Problem. Kann ich ein Ding in Bauen? Nein. Zwei Titan brauchen wir. Na gut. Scheiße. Schistrack nochmal. Okay, los geht's. Haben wir irgendwo Uran? Uran, 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 Uran. Uran, 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 Halt, 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 Halt. Fasergeflecht. Komm schon, ein Uran, dann hab ich das Problem nicht mehr. Oder zwei. Ich glaub, es gibt sowieso nur einer rein. Eins, zwei, drei, vier. Ja, wenn wir noch genug Luft. So. Es müssten nochmal zwei, oder ne Quatsch, eine Zelle. Eine Solarzelle Und dann Fehlt mir wieder ein Titan, glaube ich Strom an So Oh, ein desinfiziertes Wasser Ah, da war irgendwas Okay, dann machen wir noch gerade Ja, warte Ja, ich hab von Lopfen Es kommt ja schon Desinfiziertes Wasser Das müssen wir machen aus Chlor Und Desinfektionsmittel Dafür brauche ich Salz Und Coral Tube Parts Quasi Okay, machen wir das so Wo haben wir denn eins? Wo haben wir denn eins? So eine Röhre brauche ich, so ein Horn Oh, jetzt schwebt immer noch alles Leider fällt das nicht von selbst runter Äh, was gibt's noch nicht? Da ist eine Drei Ja gut, Salz haben wir ja noch Salz haben wir ja noch Immerhin haben wir Luft Immerhin Etwas Desinfiziertes Desinfektionsmittel Salzvorkommen Sehr gut Eins, zwei Ah, Entschuldigung Gemeine Korallenprobe Ah, gut Er hat's geschafft Sehr gut Und Ah, komm schon Ja Nein Scheiß Es wird Nacht, oder? Nein, bitte nicht Werde nicht Nacht Ich muss dieses scheiß Purifier-Teil abmachen Das geht auch nicht Ja, das ist die letzte Folge Und hier nach speichere ich ab Und starte auch mal neu Also die nächste Folge wird Definitiv Äh, frisch sein Hoffentlich geht dann alles Das geht nicht Ich kann's nicht abbauen Ich weiß nicht warum Vielleicht ohne Strom und so Das kann halt sein Hm Ich werde die Bilderrahmen hinsetzen Mit den Bildern von euch Die ihr mir geschickt habt Das sind ja zwei Stück mittlerweile oder so Ich hab das jetzt dreimal oder so vergessen Also nächste Folge ist ein Bilderrahmen gefragt Ja, muss gerade warten Komm, ich brauch noch ein Wasser Ein Wässerchen Komm schon Nein, komm schon Lass mich nicht im Stich Ach, scheiß Ich brauch noch eine Solarzelle Zwei Okay, das muss doch reichen Die eine muss fertig gebaut werden Obwohl sie ein bisschen schief steht Egal So Komm schon Komm schon Komm schon Es ist Nacht Nein, bitte nicht Nein Ich will doch nur den Atomreaktor Warte mal Wir können es an der Sissi Haha Machen wir es halt gerade mal da Ich glaube ich hole mal meinen Notpot Den hole ich auch hier hin Mein Absturzding Den kann ich ja abschleppen So ein bisschen Quasi Oh, ist das cool Ich liebe diese Stimme Oh mein Gott, endlich mal einen Ständer So Also Ich finde Computerstimmen Cool Nein, ich will keinen Sex mit einem Computer haben Vielleicht weiß ich mal, was ich meine Oder auch nicht Online Und wieder offline Los 500 Energie Erzeugt der Glaube ich Insgesamt Uran vorbereitet Lade 455 Boah Wir haben unseren Atomreaktor Meine Güte Leute Wir speichern hier ab Scheiß, ich bin wieder falsch reingegangen Ah Vielleicht geht es nächste Folge Ich muss mal gucken, wie ich das hier reparieren kann Boah Bis 1150 Energie Meine Güte Das Problem ist gelöst Wir gucken mal Bilderrahmen will ich anbringen Ich gucke mal, dass ich die Leiter hier wieder anbringen kann Egal Das machen wir alles nächste Folge Und bis dahin Haut rein, Leute Ich gucke mal, dass ich die Leiter hier bin Bis zum nächsten Mal Bis zum nächsten Mal